Und herzlich willkommen zu Dragon Ball Dragon Plus 2 mit Part Nummer 28 mit Metafreaser. Achtung, wofür ich kämpfe? Gegen einen Cyborg? Oh mein Gott, gegen die Schmuchtel von 1019. Das ist ja total heftig, Mann. Das geht ja gar nicht, ey. Da sind aber viele Narben durch unseren lieben Son Goku erlitten, unser lieber Faeser. Ich muss mal das hier weg tun, so. So, jetzt können wir richtig kämpfen. Aua. Ich will keinen Kies sammeln, haha. Drei, Drei! So, weg, mein Digger. Das ist nur ein Waste von Zeit, ein piece of trash. Du wirst, dass wir für immer noch ein Schimpf, wundern. Um, wo? Der Frieser ist wieder geboren. Möchtest du Frieser? Vielleicht soll ich euch zeigen wie powerlos ich wirklich bin. Ich zeige euch was passiert wenn du die Genu-Force nicht widerspekt hast! Oh Wexer! Ich küsse jetzt mal meine Ulti ab! Supernova! Das hältst du doch gar nicht aus, Schieß! Der Mann ist nicht schlecht! Ich bin auch der Chefmann, Genu! Nix ab! Verpiss dich! Ok... Das Kampf-Bose-Herz! Körper! What the fuck! Ich sterbe einfach! Du bist immer noch nicht tot! Aber jetzt! Motherfucker! Ich versuch' ihn! Ich versuch' ihn! Also wenn du das verbessern nennst... Der sieht jetzt aus wie so ein Roboter-Soft-Razer! Das ist... bescheiden! м kurzer Mascher! Ich versuch' ihn nicht zufrieden! Der hat 5 Punkte! Und der hat 3 Punkte! Sonst haben wir keine Ahnung! Und 1, 2, 3! Ich versuch' ihn nicht zufrieden! Ich versuch' ihn nicht zufrieden! Und das ist eine Ahnung! Hast du noch eine Sprache gelernt? Jetzt müsste es gegen Schwertronk sein Todesball Punkte und nichts Keine Überbuild Was? Du bist ein Super Saiyan? Warum hast du so Angst? Ich bin mit dir Ich bin mit dir Ich bin mit dir Ich bin mit dir Du machst nichts, Kyle Oh, da bist du abgehauen, du Wichser Ähm Ah Das ist gar nicht mit Der trifft mich aber ich treffe ihn nicht, oder was? Da ist der Leucht Ah Jetzt chill mal, Digga Ohhhh Wrong Schillen Scheiße, oh das trifft noch, ich dachte wegen den Scheiß, wegen der Ebene, trifft das nicht. Gut, das war schon Frieza. Lalifari. Das andere machen wir später. Zwei Punkte, der Regenball. Und Meshaw Spie, äh Meshaw Freezer verspielt Angst. Kein Charakter freigeschaltet. Kein Charakter freigeschaltet. Ich würde mal sagen, das war dann der Regenball Wicom Blast 2. Part Nummer 28 mit Meshaw Freezer und im nächsten Part kommt halt wieder ein guter dran. Aber bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.